Hi und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Hier fährst du alles, was mit dem Thema Krypto und natürlich Bitcoin zu tun hat. Wir traden im Moment bei 60.965 US-Dollar, was das Ganze jetzt auf sich hat. Und vor allem, ob wir hier jetzt ein wunderschönes, kleineres Ascending Triangle reinbekommen, was für euch eine schöne neue Trade-Möglichkeit ergeben könnte. Das wärst du hier bei mir im Video, deshalb scroll gerne mal nach unten, lass gerne ein Like da. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein in die Chart-Analyse nach dem Intro. Let's go! So Leute, dann herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute erstmal eine kleine organisatorische Sache. Denn es wird hier jetzt auf diesem Kanal einige Änderungen geben. Und zwar werden wir immer 2-3 Minuten am Anfang uns On-Chain-Daten ansehen. Das heißt, wir werden uns News ansehen, wir werden uns Glas-Notes-Daten ansehen. Und wir werden hier eine größere News-Section immer für den jeweiligen Tag vorbereiten. Zum anderen, ganz wichtig, ihr könnt ab sofort immer jetzt unten in die Kommentare reinschreiben, was ihr gerne in dem nächsten Video behandelt haben möchtet. Bedeutet, wenn zum Beispiel ihr sagt, hey, ich möchte jetzt gerne XRP in der nächsten Chart-Analyse mal sehen, dass du XRP aufbereitest, ist das überhaupt gar kein Problem. Der Kommentar mit den meisten Likes wird dann in dem nächsten Video drin vorkommen. Bedeutet, ihr könnt jetzt aktiv hier mitgestalten, was in die nächsten Videos mit reinkommen soll. Deshalb gerne dann unten jetzt hier reinschreiben, was ins nächste Video oder was behandelt werden soll, wo eine nächste Chart-Analyse darüber gemacht werden soll und, und, und. Und der Kommentar mit den meisten Likes darunter wird dann in dem nächsten Video mit eingepflegt. Also, das grob mal fürs Organisatorische und ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los. Und zwar legen wir los mit der News Fear & Greed Index. Der Fear & Greed Index ist jetzt auf 74 gestiegen. Das heißt, wir pendeln uns im Moment ein zwischen 74 und 78 Punkten. Das bedeutet für uns, die 74er Marke ist jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es ist besser, hier bei 70er Marke ungefähr zu bleiben. So ist es relativ noch ausgeglichen. Wenn wir jetzt schon in die 80er Frequenz reinkommen, ist es so, dass hier natürlich sehr viel Euphorie herrscht. Wenn wir uns zum Beispiel das hier jetzt mal anschauen, seit dem 2. Oktober, wie sich das Ganze entwickelt hat, da waren wir bei ca. 50 Punkten und wir haben uns jetzt hier eingependelt, eigentlich immer hier zwischen 70 und 80 Punkten. Wir waren dann hier mal ein bisschen drüber klar, wo wir dann das All-Time-High angehittet haben und ein neues All-Time-High gemacht haben. War das dann hier in diesem Fall etwas höher auf 84 Punkte, sind es aber hier wieder auf 70 Punkte eingependelt. Das heißt, diese 70 Punkte Marke sieht für mich schon mal sehr, sehr gut aus. Das heißt, wir haben ein gutes Gleichgewicht zwischen Fear & Greed. Und dann auch nochmal eine sehr schöne News und zwar Walmart, Leute. Walmart baut im Moment knapp, ich glaube 300 Bitcoin-Automaten in ihren jeweiligen Walmart-Stores auch. Das bedeutet, Kunden können dort mit Cash an diesen Bitcoin-Automaten sich Bitcoin kaufen. Ist jetzt auch wieder eine sehr politische News, wollte ich euch hier auch mal mitgeben, weil das wird hier jetzt wirklich sehr, sehr interessant werden, weil Walmart, ihr wisst, das ist einer der größten oder der größte Supermarkt, wo du alles bekommst. Einfach ja, von Lebensmitteln bis Elektronik, also wirklich alles. Ja, die geben jetzt hier ihren Kunden die Möglichkeit, sich an solchen Automaten via Cash Bitcoin zu kaufen. Also da auch wieder eine sehr spannende News. Ah, 200 Kiosk, nicht 300, war es 200. Aber ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Warum sehen wir denn im Moment hier diesen Abverkauf? Warum haben wir jetzt auf einmal hier 2, 3, 4% jetzt verloren in kürzester Zeit? Und das habe ich euch auch gestern gesagt. Es ist deshalb so, weil viele Leute im Moment Profite realisieren. Es sind sehr, sehr viele Leute daran jetzt interessiert, Bitcoin komplett auszucashen, weil es ihnen zu heiß wird oder was auch immer, weil sie endlich jetzt im Profit sind. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, was ihr hier seht. Und zwar die orangene Linie bedeutet, das ist die Linie mit den Bitcoin-Adressen, die hier circa einen Bitcoin auf ihrer Wallet oder auf ihrer Exchange oder sonst wo liegen haben. Dieser graue Bereich ist der Bitcoin-Preis. Und ihr seht hier ganz gut, wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, seht ihr hier wunderbar, immer einen schönen stetigen Anstieg. Dann bis hier hoch zu unserem All-Time-High. Und ab unserem All-Time-High, das alte All-Time-High, was wir hier gehittet haben im März, Mitte, Anfang Mai, sowas. Ab da sind wir dann massivst nach unten gedroppt. Und wirklich hier unten bei knappen, was hat man hier, 31.000, 30.000 US-Dollar, ihr erinnert euch daran, haben massivst Leute ihre Bitcoin abgestoßen, weil sie gedacht haben, es geht noch weiter runter und haben somit teilweise sogar Verlust realisiert. Das waren hier in dieser Zone die ganzen Weekend-Hands, wo ich euch auch schon mal erklärt habe, wo dann wirklich hier panisch abverkauft haben und hier wirklich panisch geworden sind und hier nochmal Profite realisiert haben. Dann haben wir hier wieder einen Anstieg gesehen. Die Leute haben hier dann wieder eingekauft, bei ca. 32.000 US-Dollar. Und jetzt wird es sehr interessant, weil wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal anschauen, auf den Ein-Jahres-Chart gehen wir jetzt mal, dann seht ihr hier, dass bei unserem All-Time-High, was Interessantes passiert ist. Denn bei unserem All-Time-High nehmen jetzt laut diesem Chart die 1-Bitcoin-Adressen, wo 1-Bitcoin haben, hier wieder stetig ab. Auch wenn wir uns jetzt hier die 0,1-Adressen angucken, mit 0,1-Bitcoin, haben auch hier sogar kurz vor uns in All-Time-High massiv abgenommen. Das bedeutet für mich, Leute, die einen Bitcoin besitzen und sagen, boah, ja, das ist jetzt ein schöner Preis, der gefällt mir, da will ich jetzt einfach Gewinne realisieren. Die sind auch aus dem Markt jetzt komplett draußen. Deshalb hatten wir das jetzt hier auch so schön gesehen auf unserem Bitcoin-Preis. Deshalb gehen wir jetzt hier mal rein in den Bitcoin-Chart. Seht ihr hier wunderbar, dass wir hier jetzt eine Korrekturphase von unserem All-Time-High bis runter gesehen haben von knappen 10%. Und es kommt ganz genau daher, dass viele Leute einfach im Profit waren und jetzt Profite realisiert haben. Völlig normal, dass man das hier sieht bei einem All-Time-High. Jetzt wird es nur wichtig, was wir hier jetzt für den heutigen Tag erwarten können. Und für den heutigen Tag wird es jetzt ganz entscheidend, ob wir hier nochmal ein kleines Ascending-Triangle-Form hier gegebenenfalls nach oben hin durchbrechen. Ein technisches Preisziel von diesem Ascending-Triangle wäre circa, gehen wir mal ein bisschen näher hin, wäre hier circa 62.700 US-Dollar. Falls wir nach unten fallen sollten, gehe ich davon aus, dass wir hier Richtung 59.500 Dollar nach unten droppen könnten. Wichtig ist die psychologische Marke von 60.000 US-Dollar. Ja, ganz, ganz wichtig. Sollte das jetzt hier auch nicht halten, kann es sogar nochmal sein, dass wir hier Richtung 57.000 US-Dollar nach unten fallen könnten, Richtung unserem 0,786er Fibonacci-Level. Was mich dennoch sehr positiv stimmt, ist, wir wurden zwar gestern hier abverkauft, haben aber hier mit dieser Candle hier ein wunderschönes grünes Volumen nochmal reingekriegt. Schönes, großes Volumen ist hier dann reingekommen. Das heißt, jetzt gilt es mal abzuwarten, was hier jetzt passiert. Und vor allem jetzt auch für das Wochenende ist es ganz, ganz wichtig, es stehen volatile Zeiten bevor. Und am Wochenende, immer am Sonntag, war es jetzt die letzten Wochen so, dass wir immer kurz vor 12 Uhr hier nochmal einen schönen Pump oder auch Dump gesehen haben. Deshalb passt er auf, am Wochenende ist meistens nicht viel los. Dennoch haben sehr, sehr viele Leute jetzt ihre Augen auf den Bitcoin-Preis. Ja, ganz wichtig. Dann gehen wir weiter zu Solana. Solana performt hier im Moment wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier fast unser All-Time-High angehittet, wurden jetzt aber abverkauft in diese Zone hier rein. Nächster Support war jetzt die 195 US-Dollar. Solange die jetzt halten, können wir wirklich davon ausgehen, dass wir hier in der Range spielen und hier weiter höhere Preise sehen können. Sollten wir nach unten fallen, ist die nächste Support-Zone bei 183 US-Dollar. Dann gehen wir weiter zu Cardano. Bei Cardano komplett seitwärtsphase, selbst auf dem 30-Minuten-Chart, da passiert absolut gar nichts. Auf dem 4-Stunden-Chart seht ihr das hier. Auch auf dem 4-Stunden-Chart haben wir hier immer noch unsere 2 Dollar, die einfach wunderbar halten. Für Cardano gehe ich auch davon aus, dass wir bei Cardano erstmal weiterhin ein paar Tage, vielleicht sogar auch Wochen in die Seitwärtsphase übergehen, bevor wir hier einen nächsten Move sehen könnten. Dann gehen wir noch weiter zu Ethereum. Und bei Ethereum wird es auch sehr, sehr spannend, denn bei Ethereum haben wir unser All-Time-High angehittet, konnten aber nicht darüber schließen, sehen jetzt hier wie so eine kleine Bull-Flag gegebenenfalls. Auf dem 4-Stunden-Chart würde ich jetzt hier mal im Auge behalten. Wenn das Ding nach oben hin ausbrechen würde, würde uns das wieder Richtung All-Time-High schießen. 2.900, 3.900 Dollar, ganz wichtiges Level für den Ethereum-Preis. Ja, das seht ihr hier ganz gut. Wir hatten hier Widerstand, hatten hier dann nochmal ein kleines Fake-Out und hier drüben hatten wir dann hier auch nochmal die ganze Zeit Support. So Leute, das soll es bis heute ein Video gewesen sein. Bei Bitcoin, wie gesagt, passt jetzt hier darauf auf, was jetzt hier passieren könnte. 15-Minuten-Chart und schreibt jetzt auch gerne unten rein, ob ihr jetzt hier diese Änderungen, was den Kanal betreffend gut findet. Wenn ja, lasst dann jetzt gerne einen Kommentar da und der Kommentar mit den meisten Likes wird im nächsten Video dann auch behandelt. So, in diesem Sinne, wenn euch das ganze Thema Trading interessiert, unten ist meine Website, könnt ihr gerne auch nochmal reinschauen. Lasst gerne dafür jetzt ein Like da und in diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Haut rein, bis dann, euer Basti. Ciao, ciao.